Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Parking Tycoon hier bei Heisenberg Zockt. Hoppala, ich muss was übersehen haben, denn die Kameras, hieß es gerade, ja die kann man hier an die Pfeile ran machen. Na gut, das ist ja auch kein Wunder, dass man hier mal was übersieht, bei dem was alles auf einen niederprasselt. Ja, Türen klauende Opas, dann Sprayer, dann irgendwelche Guards, die hier Dauerläufe machen, Marathons, aber nicht aufpassen, dass nichts kaputt geht. Gut, also dann würde ich sagen, wir holen mal die Kameras. Werden die dann auf den PC projiziert? Das wäre natürlich auch noch eine nette Geschichte. Wir gucken mal, also Kameras haben wir zwei. Mal schauen, ob das überhaupt, huch, da ist noch was im Weg, Moment, sorry. So, jetzt habe ich Platz geschaffen, alles am Boden. Nein, zum Glück nicht. Ja, gucken wir mal, ob zwei Kameras reichen, beziehungsweise ob wir die tatsächlich hier hinkriegen, also irgendwie muss das ja gehen. Ach, hier da rüber, über dem Licht, okay. Aber hier komme ich gar nicht ran, da muss ich mal einmal außen rum. Bad, einmal die. Ja gut, wenn wir so viele Pfeile haben, werden wir wahrscheinlich so viele Kameras installieren können. Ich gehe mal hier rüber und dann machen wir mal hier noch eine hin, würde ich vorschlagen. Ja, aber man sieht schon, also wenn man halt nicht genau guckt, das ist schwierig. Hier geht es gar nicht. Hier haben wir doch auch ein Licht, sagen Sie mal. Ja, hier geht es echt nicht. Hier oben? Nö, hier geht es gar mal gar nicht. Was ist das denn? Das ist doch ein Pfeiler, der eigentlich auch fertig ist. Der gehört zu diesem alten Parkplatz. Da kriege ich das nicht hin. Oder können wir nur eine Kamera machen? Nö, aber das wäre ja auch doof. Wie sieht es hier aus? Nö, schade. Jetzt war ich so stolz, dass wir eine Kamera haben. Jetzt bleibt das bei dieser einen, weil das nur mit einer geht. Hm, ich gehe mal nochmal zurück. Wo haben wir die genau? Die ist auf der Innenseite. Okay, oder kann ich hier nochmal eine hin machen? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir hier drei, vier haben. Nein, da wird wieder... Oh, das, äh... Achso, ich muss das erstmal wegmachen. Moment, ich brauche mal den hier. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, Kollege. Geht nicht. Ich kann nicht. Warum kann ich denn nicht? Nein, das müsste doch... Okay, dann knüppeln wir halt. Äh, wie doof war das denn jetzt? Das ist doch der Taser hier, oder nicht? Steht das irgendwo, was ich da in der Hand habe? Inception. Reputation. Ne, steht nicht. Ist das nicht der Taser? Oder Teaser, oder wie man dem sagt? Also der hat nicht funktioniert. Man hat es gesehen. Muss man den erst am Strom anschließen, oder? Wo ist hier das Problem? So, wir schnappen uns nochmal eine Kamera. Ja, ich glaube, man kann nur eine Kamera installieren. Das ist natürlich schade. Oder vielleicht hier. Das ist ja auch noch Eingangsbereich. Ne, Innenbereich, habe ich gesagt. Das müsste eigentlich auf der anderen Seite sein. Also, das wäre dann hier. Was klopft hier wieder? Ist einer am Türen schließen? Ne, geht nicht. Es geht nur eine Kamera. Echt jetzt? Das finde ich irgendwie merkwürdig. Wisst ihr was? Dann verkaufen wir die. Falls wir dann doch noch eine Stelle finden. Wenn wir sie hinkommen, kaufen wir sie halt einfach wieder. Dann haben wir hier noch Kaffee. Da würde ich sagen, das werden wir gleich mal hier hinten installieren, das Ding. Müll haben wir gar keinen. Also, die Cleaner, die arbeiten wirklich. Die arbeiten hervorragend. 4.760. Jetzt ist halt die Frage, was freischalten. Oder auf die 8.000 sparen. Und dann mal gucken, dass wir das Büro ein bisschen schöner haben. Das Problem ist halt natürlich, sagen wir so, mit einem schönen Büro verdienen wir nicht mehr Geld. Das verdienen wir mit Parkplätzen. Oh, genau. Da hinten. Ah ja, das hier freischaufeln sozusagen. Genau, damit wir hier weitere Parkplätze machen können. Ich würde das vorziehen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir mit den Parkplätzen natürlich das Geld verdienen. Ja, tut. Genau. Wir düsen mal hier hin. Und schauen. Ich hoffe, wenn ich jetzt das hier mache. 5.000 kostet das. Da fehlen noch 16 Dollar. Gut, das ist ein Auto, das da reinfahren muss. Rot konkret. Ground konkret. Wir machen es mal. Und gucken wir. Jetzt haben wir natürlich fast kein Geld mehr. Das kommt aber eh wieder rein. Nee. Nee, schade. Das ist noch nicht, was ich wollte. Hm. Ich habe gehofft, dass hier der Parkplatz gemacht wird. Gut, rot ist natürlich. Ich hätte Ground complete machen müssen. Aber ich denke, das ist egal, in welcher Reihenfolge man das macht. Weil, wenn die Straße nicht fertig ist. Ja, wobei. Ja, ich hätte Ground machen müssen. Okay, wieder was gelernt. Ja gut. Gut, dann müssen wir nochmal sparen, bis wir wieder die 5.000 haben. Und dann haben wir hier weitere Parkplätze. Dafür haben wir dann die Straße schon. Ist ja auch nicht schlecht. Gut. Rennt da schon wieder jemand? Ja. Äh, wieder irgendwie der Putzkollege. Bei 6 Müll fängt er auch gleich an zu rennen. Also da muss ich schon sagen, das ist vorbildlicher Einsatz tatsächlich. Und wir machen, ja mit 400 Dollar machen wir nicht allzu viel. Und der Rest wird ja von den Angestellten gemacht. Wenn sie nicht gerade rumrennen. Wobei der rennt rum und sucht Müll. Das ist also auch okay. Können wir eigentlich noch einen zweiten Kaffeeautomaten kaufen? Also geht das überhaupt? Das möchte ich mal kurz rausfinden. Würde gehen. Hier hätten wir noch Foodcard. Wisst ihr was? Wir bestellen hier mal nach. Je zwei. Machen wir mal je drei Stück. Wir können die ja auch ins Lager legen. Und die Kamera haben wir gerade verkauft. Nochmal so ein Zaun. Ich bin da halt nicht so überzeugt, dass ich wirklich jetzt die Zäune austauschen will. Um dann hier nochmal auszutauschen. Äh, was haben wir hier noch? Ja, kommt nochmal ein paar von denen. Und dann Licht. Da wollten wir auch nochmal einen nehmen. Machen wir das so. Zack. Bitte bestellen. Achso, ne. Das ist natürlich viel zu teuer alles. Ja, das Licht kostet zu viel. Okay. Machen wir das ohne Licht. Das mit dem Licht machen wir nachher. Es ist eh helllichter Tag. Von daher. Aber warum das jetzt mein Taser, Teaser, Taser nicht funktioniert hat. Das weiss ich tatsächlich auch nicht. Das müsste er doch eigentlich gewesen sein. So, wir füllen nochmal auf. Wie sieht es hier aus? Da haben wir 73. Da kann ich nichts auffüllen. Ja. Kann ich irgendwie helfen? Nein. Ja. Den Müllheim machen wir jetzt daneben. Also, aber viel gebracht hat es glaube ich nicht. Wobei. Huch. Die Kontrolle ist natürlich relativ schwierig. Hey. Get the hell out of here. Das Auto geklopft statt den Altmann. Oh, das war aber jetzt. Das war jetzt aber schnell. Also, das war in Rekordzeit. Dass wir den vertrieben. Ah, gut. Ich wollte ganz gucken. Wenn das jetzt der Guard ist, dann hätte ich den gleich auch noch geklopft. Kommt wieder 10 Minuten zu spät, der Vogel. Sag mal. Reputation. Also, wir sind da. Guck mal. Wir sind schon wieder auf der Hälfte. Tatsächlich von der 4. Was Porter Paying Required. Ach so. Wir haben das Geld gerade nicht. Oh. Das könnte natürlich sein, wenn wir zu wenig Geld haben. Wir hatten doch gestern den Effekt, dass da plötzlich einer fehlte. Ja. Dass die nicht mehr kommen, wenn wir sie nicht bezahlen. Weil wenn wir kein Geld haben. Ja, um die zu bezahlen. Ja, dann können wir den Lohn nicht bezahlen. Also, das macht Sinn. Ich gucke gleich mal. Ja. Da hupt schon. Das sagt mir doch tatsächlich. Moment. Äh. Dass wir jetzt wieder selber da Hand anlegen müssen. Ich gucke aber, bevor wir da was machen. Hier erstmal rein. Äh. Ja. Tatsächlich. Okay. Da haben wir zwei. Verloren. Das ist natürlich blöd. Also, wir müssen gucken, dass wir immer Geld auf der Seite haben. Wenigstens fährt der nicht. Das finde ich sehr freundlich. Dankeschön. Aber jetzt haben wir natürlich das wieder am Hals. Ja. Hört doch mal auf zu hupen. Es geht doch nicht schneller, wenn ihr hupt. Hatten wir schon mal gesehen, dass irgendwo was schneller gehen würde, wenn man hupt? Also. Die Hupe ist primär dafür da, jemanden zu warnen. In Verkehrssituationen. Wenn irgendwas. Ja. Wenn irgendwas gefährliches ist. Aber doch nicht die ganze Zeit, um irgendwie Leute zu nerven. Ich würde sagen, wir machen hier auf dem Parkplatz ein Hubverbot. Wäre schön, wenn das ginge. Gut. Jetzt haben wir 1400. Jetzt ist halt die Frage, wie viel müssen wir sparen, damit wir die Löhne jeweils zahlen können. Ich weiss halt nicht genau, wann wir die zahlen müssen. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal. Ja. So 1500, 2000. Das, was wir jetzt haben, das lassen wir tatsächlich mal in der Kasse drin. So. Kann ich hier nochmal auffüllen? Ja. Ging, glaube ich. Und hier nochmal füllen. Ging auch. Gut. Nicht, dass hier irgendwas ausgeht. Und dann, der macht mich wahnsinnig mit seinem Gerenne. Weil ich jedes Mal denke, das ist wieder Opa. Der Opa, der wieder irgendwelche Türen klaut. Ist eigentlich der andere schon mal? Das ist doch ein anderes Fahrzeug. Ja, das hat eine Tür. Hat der irgendwie gefragt, ob wir die Reparatur bezahlen? Also irgendwie, da habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Naja, vielleicht bezahlt er es selber. Warum auch immer. Ist ja nicht unser Problem. So, eigentlich haben wir hier das Ganze soweit in Ordnung, finde ich. Vielleicht. Äh, dahinter hier noch was. Äh, please. Hier dahinter. Das wäre hier. Sondern haben wir auch nochmal was Schönes. Und hier fehlt noch ein bisschen was. Zack. Gut. Da fehlt auch noch ein bisschen was. Jetzt haben wir aber nichts mehr. Was ist das hier? Das ist ein leeres Feld. Okay. Ich dachte gerade, das sei wieder nochmal was anderes. Nein, denkst du? 1.500. Ach so. Oh, ich darf natürlich nicht vergessen. Oh, nicht, dass jetzt wieder alle rausfahren. Habe ich die Schranke zugemacht? Ja, das ist dann natürlich eine Gewohnheit. Äh. Ist sie zu? Ja, zum Glück. Ich wollte gerade sagen, die müssen wir zu haben. Wenn wir hier selber gucken müssen. Ganz klar. Weil sonst fahren die... Ach, ist es denn wahr? Come on, Kollege. Ich stehe da eigentlich im Weg. Oder habe ich da gerade was gekriegt? Nee, der ist einfach so losgefahren. Ich dachte, wenn man hier steht, dann halten die auch an. Also, ich meine, was ist das denn für eine Frechheit? Sag mal. Echt jetzt? Fährt man fast immer den Fuss, der Vogel. Gibt's doch nicht. Wo ist der Garde, wenn man ihn braucht? Den hätte man auch aus dem Auto ziehen und verprügeln können. Nee, das macht man mit Kunden nicht. Oh, jetzt kriegen wir hier aber wieder ordentlich Geld rein. Aber die 200er fehlen mir ein bisschen. Ja, da war gerade einer. 2,50. Jetzt kommen sie hier in Scharen. Jetzt, wo der Porter nicht weiß, ist es denn wahr? So, also wir brauchen die 5000, um da hinten den Ground zu clearen. Ja, und das machen wir auch. Das wird das nächste sein. Da rennt wieder irgendeiner rum. Hey, get the hell out of here! Ja, den haben wir schnell erwischt. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Ich glaube, der Guard fehlt halt auch, oder nicht? Wenn man hier mal wieder zu... Äh, das hier mal wieder weg. Nee, das wollte ich gar nicht. Sondern... Ja, wir kaufen jetzt nichts. Und wir sparen nicht auf die 5000, sondern wir sparen auf... Ja, 6000, 6500. Und zwar, damit du die Löhne bezahlen kannst. Weil das ist natürlich mühsam. Wenn hier Leute fehlen, ja, dann musst du halt das Ganze wieder selber machen. Das ist nicht, worauf wir hingearbeitet haben. Sagen wir es mal so. So, danke schön für die knapp 300 Dollar. Zedl. Zu den Preisen, äh, da äußere ich mich jetzt mal nicht mehr. Es ist aber ein Wahnsinn. 300 Dollar für den Parkplatz. Also das bezahlst du wahrscheinlich nicht mal am Flughafen, wenn du drei Wochen Urlaub fliegst. Fürs Auto, nehme ich an. Ja, also viel weniger vielleicht nicht, aber... A, ist das ja kein Flughafen. Und B, es ist aber zu viel. Aber ich mein Gott. Also, ich mein Gott vor allem. Mein Gott. Ich würde jetzt nicht reklamieren, weil das ist Geld, das wir natürlich gebrauchen können. Glaube ich Späthambus. Weil ich hätte gerne den Porter zurück. Wenn das irgendwie machbar wäre. Für 5 an Geld. Ja, wir warten. Und das Büro halt. Diese 8000 fürs Büro. Hm. Im Lotto-Gewinn wäre natürlich auch mal noch eine Idee. Wisst du was? Ich mach mal den nochmal hier. Weil letztes Mal hab ich doch eigentlich getroffen. Ja, letztes Mal schon. Ein Versuch noch. Ich näher ran. Jawohl. Haha, gut. Das klappt. Also, wenn man damit noch Geld verdienen könnte, dann wären wir auf der sicheren Seite. 4,5. Ich glaube, jetzt kommen wieder ein paar. 16,15. Bis wann geht die Schicht, wenn ich das wüsste? Ich glaube, ab 10 müsste dann wieder einer da sein. Dankeschön für die 114 Dollar. Es wirft einen halt schon irgendwie zurück. Also, auch vom Gefühl her. Wow, 360 Dollar. Okay. Also, irgendwie vom Gefühl her halt dahingehend. Ja, ich dachte, wir hätten das abgeschlossen, dass wir hier selber was machen müssen. Äh, muss das so? Sag mal, im Ernst jetzt? Oh, nö. Nicht, dass das jetzt irgendwie festbackt. Haha, ach du grüne Däune. Äh, kann ich euch irgendwie helfen? Da wollten wahrscheinlich genau zwei gleichzeitig raus. Oh, aber bitte nicht, dass die sich jetzt festbacken. Das ist natürlich tatsächlich möglich. Weil die anderen kommen jetzt nicht raus. Und ich wüsste jetzt nicht, wie wir hier den Unfall klären können. Ich meine, ist ein, ist ein nettes Spiel. Natürlich nicht für die Autobesitzer. Aber ansonsten, kann ich hier irgendwas machen? Nein. Oh Gott, ich wüsste nicht was. Ja, vielleicht speichern und neu laden. Das Blöde ist natürlich auch, dass wir jetzt kein Geld verdienen können. Nicht, wenn die hier das blockieren. Und das ist eigentlich die einzige Ausfahrt. Wobei, hier hinten wäre ja nochmal eine. Ja, da nützt doch Hupen nichts. Du siehst doch, dass der Onkel hier Huckepack macht. Also, dann huft er. Dem wüsste man doch. Oh, und da hinten der Stau. Ja, gut. Das ist natürlich, das ist ein Bug. Anders kann man nicht sagen. Logischerweise. Das sollte so nicht passieren. Und sonst wüsste man das irgendwie. Ihr seht, ich bemühe hier ganz spezielle Sachen. Vielleicht damit, dass wir damit. Oh. Oh, damit können wir die Autos verschwinden lassen. Okay, nicht, dass ich das möchte, aber. Eieiei, okay. Dann haben wir das rausgefunden. Jetzt ist der sich wieder abgehalten, ohne zu bezahlen. Aha. Okay, das ist sozusagen. Wie sagt man dem denn? Ein Bugcleater? Ja, also irgendwie schon. 4,8. Jetzt haben wir wieder bezahlt. Sehr gut. Ich möchte die Fahrzeuge nicht verschwinden lassen. Aber das geht. Jetzt fällt mir ein. Das hatten wir. Nein, da ist wieder einer. Das hatten wir doch beim Gästensimulator auch. Okay, get the hell out of here. Jetzt ist er wieder abgehauen. Da konntest du die Autos auch teleportieren. Oh, der Porter ist da. Gut, dann haben wir da jetzt Ruhe wieder. Also das werden wir nie wieder machen. Dass wir da bis auf Null runter im Prinzip das Geld brauchen. Und dann die Angestellten fehlen. Müll 32, Reputation ist okay. Wir haben 5,2. Ja, dann würde ich warten. Wie gesagt, wir brauchen den Lohn. Wir machen mal bis auf 6,2. Habe ich noch irgendwas an Bord? Ja, die beiden Sachen. Dann füllen wir hier mal nochmal auf. Das muss ja auch gemacht werden. Das macht tatsächlich sonst keiner, glaube ich. So, dann sollten wir hier wieder... 83. Was haben wir hier? Dann muss ich nochmal E drücken. Da haben wir 63. Okay, also das reicht. Das reicht. Hat der bezahlt? Wo ist der Porter? Ach, hier steht er. Okay. Ja, ich habe da schon ein bisschen Angst. Weil wir brauchen das Geld. Ja, da geht er hin. Kassiert. Wir haben 6,2. Wir machen noch ein Fahrzeug. Und dann werden wir dort hinten aufräumen. So, jetzt haben wir 1700 sozusagen übrig. Damit können wir die Löhne bezahlen. Ich kontrolliere nochmal schnell. Jawohl, ist alles wieder im grünen Bereich. Und dann brauchen wir hier... Äh, Ground Concrete. Zack. Jetzt müsste man... Oder ich hoffe mal... Ja, jetzt haben wir eine Parkfläche hier hinten. Sauber. Das heisst, wir drehen. 2,3 haben wir. Da kommt nochmal ein Fahrzeug. Gibt auch nochmal Geld. Das heisst, wir kaufen Farbe. Weil wir müssen natürlich die Parkplätze wieder einzeichnen. Und warum ich das jetzt mache, bevor wir das Büro einrichten, ist, denke ich, relativ logisch. Dahingehend. Äh, wir brauchen das Geld. 10. Machen wir mal nochmal ein paar. Okay, das war jetzt auch wieder... Oh, nö, jetzt habe ich das Geld noch nicht. Nein, jetzt habe ich doch gerade gesagt, das machen wir nicht mehr. Oh, nicht, dass wir dann den Lohn nicht zahlen können. Kassier hier mal. 400. Okay, da kommt nochmal einer. Oh, das ist halt, wenn man dann mal irgendwie am Bezahlen ist, beziehungsweise am Bestellen. Das gibt es ja in der Realität auch. Da bestellst du, bestellst du, bis halt einfach alles weg ist. Ja, war nicht so gut. Aber schön, dann haben wir jetzt rausgefunden, dass dieses Teil hier, das lässt die Autos verschwinden. Steht hier unten auch. Car Trouble Press LMB to remove it. Okay, es steht dort sogar. Aber dann frage ich mich, wo der Teaser ist. Hier ist noch was verschlossen. Das ist Taschenlampe. Hier ist das, 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 das. Wir haben keinen Teaser. Oder ich müsste den vielleicht erst kaufen, weil jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, nutzt doch auch mal den Teaser. Delivery arrived. Dankeschön. Ähm, ja, den haben wir nicht. Weiß nicht, müssen wir den bestellen. Was ist denn das hier? Aha. Ach, das ist die Überwachungskamera. Okay. Ja, cool. Ja, dann haben wir das Teil ja auch noch. Ja, das ist ja. Also, das Spiel ist echt immer wieder überraschend. Sogar einen Car Remover gibt es eben auch noch. Wir haben nur zweimal Farbe. Ne, guck mal hier. Wir haben zwölfmal Farbe. So, und mit dem Teil gehen wir jetzt nach hinten und möglichst schnell diese Parkplätze machen. Weil das, ich sage es nochmal, das ist genau das, womit wir eben das Geld verdienen. Also, es wäre blöd, behaupte ich, zuerst das Büro zu machen, wenn wir hier hinten sozusagen noch verschenktes Geld haben. Weil sobald die grün sind, zack, sind sie in Aktion. Und ich bin fast überzeugt, wir werden relativ schnell hier sehen, dass der Parkplatz mitgenutzt wird. Aber gut gemacht, dahingehend eben mit diesem Car Remover, ja, dass wir den Unfall weggebracht haben. Weil das wäre natürlich, das wäre natürlich ein Game-Freaking-Bug. Und klar, das weiss der Entwickler, deswegen hat er das noch eingebaut. Und da die Fahrzeuge nicht mehr fahren können, können sie nicht mehr. Ich glaube, es reicht nicht für alle Parkplätze, was wir hier haben an Farbe, aber, ja, immerhin für einen grossen Teil. Gut, jetzt ist es hier natürlich dunkel, und, und, und. Oh, da ist wieder einer. Hier ist es dunkel, das heisst, so gern nutzen sie das wahrscheinlich dann doch nicht. Wo, 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 au. Ja, okay, wir bauen den Car Remover nochmal. Aber jetzt ist doch der Opa wieder irgendwie am rum, rumbasteln. Sag mal, wo ist das denn? Ich sehe den Opa nie. Oder steckt er hier drunter? Nein. Oder mach das. Das könnte ja auch sein, dass das... Zack. Ja, okay, das war nicht der Opa, sondern das waren wieder zwei Autos, die sie hier verfransen. Hatten wir noch nie. Das passiert jetzt öfters. Da hinten rennt halt wieder was. Aber das ist, glaube ich, unser Gart. Ja, guck mal hier. Ja, da steht auch schon einer. Also, das wird bereits genutzt. Das heisst, wir kommen relativ schnell an Geld dran. Jetzt würde ich sagen, was wäre da hinten am wichtigsten? Ja, ich denke, wisst ihr, was wir natürlich machen können? Wir lassen die Dächer hier so und machen dort, wo noch keine Dächer sind, die modernen hin, die besseren. Und beim Zaun bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob wir wirklich den Zaun da jetzt mit diesem Zwischending lösen sollen, also den installieren sollen, um ihn dann wieder abzureissen, wenn wir dann das dritte Teil haben. Ne, aber was wir hier bräuchten, wäre Licht. Aber man sieht, da müssen wir tatsächlich nochmal ein Ground-Dingens machen, weil die Pfeiler, da können wir noch kein Licht dran machen. Das geht noch nicht. Aber das können wir bald. Weil, ja, man sieht ja, wir verdienen Geld. Sehr schön. Und wir verdienen natürlich jetzt immer mehr, wenn da hinten tatsächlich die Fläche auch noch dazugekommen ist. Wunderbar. Ich gehe mal nochmal rein und wir bestellen nochmal Farbe. Wir können natürlich auch mehr bestellen und dann, wenn wir irgendwas übrig haben, dann, ja, machen wir es halt ins Lager rein. Das geht natürlich auch. Da müssen wir nicht jedes Mal wieder Farbe bestellen, wenn wir irgendwie ein neues Grundstück haben. Weil, es wird nochmal ein Grundstück geben. Irgendwo da hinten. Und hier haben wir nochmal eine Riesenfläche. Hier wird da auch noch was entstehen. Hier ist eh auch noch Mauer. Guck mal. Ich denke, das ist dann tatsächlich ein Bereich, ja, von der Parkgarage, wenn es in die Höhe geht. Irgendwo braucht es ja eine Auffahrt. Ja, ich bin gespannt. Also, da bin ich echt gespannt. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber guck mal. Die vier. Das ist der Garten da rein. Ich dachte schon, der Opa kommt schon wieder. Die vier haben wir auch bald hinter uns. Wir sind da mit dem Daumen doch schon relativ weit oben. Wir haben zwei, fünf. Jetzt müsste die Delivery dann mal noch ankommen. Das ist ja schon auch cool hier. Mit diesem Monitor. Ja, da kommt er auch schon. Da würde ich mal sagen, gutes Timing. Kann ich das auch jetzt schon runternehmen? Oder überfährt er mich? Ne, er überfährt mich nicht. Aber die Geduld muss man halt einfach haben. Zack. Einmal Farbe. Was haben wir? Sechs Stück. Die machen wir rüber. Düsen nochmal raus. Und machen die restlichen Parkplätze noch. Und eben, bevor wir hier halt Licht hinstellen, müssen wir irgendwie dieses Grounding nochmal machen für 5.000 Dollar. Damit wir die Lampen dann überhaupt nutzen können. Äh, zack. Einmal den. Da wird halt immer noch gehupt. Ist es wahr? Da steht ein Porter daneben. Der ja hilft. Und trotzdem hupen sie. Was hupen sie denn? Das weiss keiner. Die Unzufriedenen, die hupen. Und die, die tatsächlich irgendwie, ja, eine Gefahr sehen. Zur Warnung macht man das nämlich. Habe ich vorher schon gesagt. Ist das eingezeichnet? Ja. Hier fehlt, glaube ich, noch einer. Zack. Okay, dann haben wir jetzt alle. Oh, guck mal. Gut geteilt tatsächlich. Beziehungsweise gut ausgerechnet. Wir haben hier auch wieder alle Parkplätze. Sehr schön. Wie gesagt, dunkel ist es noch. Das werden wir ändern. Dafür kaufen wir dann wieder Lampen. Wenn hier die Pfeiler Lampen erlauben, sozusagen. Gut, liebe Freunde. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr euch ein bisschen gefallen. Interessant. Wir hatten sogar einen Unfall. Und haben rausgefunden, das Teil hier. Moment, falsch. Äh, das Teil hier. Steht ja unten. Car Trouble. Press LMB to remove it. Also, damit kann man tatsächlich das auflösen, wenn es hier gekracht hat, sozusagen. Und die Autos sich gegenseitig blockieren. Gut, gehen wir hier. Halt, nein. Ich wollte hier wieder raus, weil sonst löse ich noch ein Auto auf. Das möchte ich nicht, weil die sind ja alle vernünftig unterwegs. Gut, dann danke euch fürs Zusehen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017